Ich kann's nicht durch. Ich kann's nicht durch. Bist du dick. Oh, der Daryl. Yo, Devils! Wo ist die Orchestra? Hm? Haha. Okay. Oh, ja, wir werden. Ja! Aua! Sorry, Cloud, my bad. No, wait! Look! They're hidden in the fog! You will never get the keys! Ja, das werden wir erstmal sehen. Du wirst niemals den Käse kriegen. Oh, ja? Just laugh it up, crazy Devils! Cause we're about to bring it! Let's bring it! Bring it on! Keep kicking those clouds! Sorry, Cloud! Oh, you're getting your tears to clear the fog! Oh! 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 Oh, es ist jetzt hier! Okay! Oh! 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 Oh, okay! Oh! Oh, okay! Oh! Oh! Da muss der Teufel hin. Kannst du grad gegen der Teufel? Hau und Waki! Yeah, wo ist er? Wie bist du denn überhaupt? Ich hab den Schlüssel irgendwie direkt neben dir, aber ich seh den nicht. Kann nur ich den nehmen. Ah, ich hab den. Welche Wolke willst du denn? Ah, die da hinten willst du. Aber die ist doch da wohl eh schon was wach. Können ja wohl hier sein. Gib die mal hier. Können ja wohl hier sein. Gib die mal hier her. Bring mal die Wolken zuweilen Das ist gut Komm raus Nach oben Nach oben Jetzt Ich hab den Schlüssel schon Dann komm ich runter Ich hab die Türfelchen alle gebraten Ein Bräter Ein Bräterling Hey check Hey check Hey check Okay Meady Meady Die sind kopflos Oh die kopflosen Musiker Die verlieren aber auch immer ihren Kopf Ja Oh wir haben nur die erste Hälfte dafür Oh oh Das war ja klar Das war schon fast perfekt gelandet Was fangst synchron angekommen Was sind die anderen Devils Oh die sehen aber schon cool aus Ja Warte die haben Ohrstöpsel Die haben Ohrenstöpsel bei sich drin Das heißt wir kriegen die nicht so einfach Oh Okay Okay Ich hab den Schlüssel Ich hab den Schlüssel Ich hab den mit dem Schlüssel erschossen aber über den Schlüssel nicht mehr gefunden Ja da hing da so rum Hangman mäßig Aha 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 Er ist halt immer so der Schlüssel So was macht der Also Und zurück Oh Und zurück Oh das ist ein Engelchen Oh das tut mir sehr leid Alle Töte da Ich wundere dass dich keiner mag Jeder mag mich Das ist alle Hier eben Das ist mein Shakeside Das ist mein Shakeside Nein 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 Es wird Fantastisch Ja 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 All right. Okay. Ja, hol's, mein Freund. Eigentlich ist es Zeit, für mich aufzuhören. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich weiß. Aber eigentlich ist es Zeit, für mich aufzuhören. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich weiß, ich muss aufhören. Guck mal auf die Uhrzeit. Ja, gut. Drei Stimmchen haben wir jetzt. Ich bin auch traurig. Ich würde das Spiel dann ein bisschen so weit, ohne lange beide spielen, wie es nur geht. Oh, warte mal. Kann ich da durch? Oh, so nicht. Das Weg kann ich auch ausprobieren. Na, das auch nicht. Eins. Jetzt sind wir drüber. Da müssen wir schnell genug sein. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Okay. War super schwer. Ah. Man sollte hier aufhören, wenn es am schönsten ist. Guck hier nochmal rein. Ich auch. Oh, wow. Look at these. Awww. Ein Orca, 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 Orca. Orki, 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 Orki. Schau, wie sie liebt, mit ihrer Mutter zu sein. Sie hat nur einen Hund. Gut. Und einen kleinen Sohn. Gut. Ja, stimmt. Wunderbar. Vielleicht war das irgendwie ein Nachbarskind oder so. Wir haben wirklich viel Spaß zusammen. Ja. Wir haben. Oh, Mensch. Ich hab keine Lust, endlich aufzuwirbeln. Oh, guck mal, das ist ein Minispiel. Ein Minispiel, ein Minispiel geht noch. Oh, wir sind im Computer drin. Ein Minigame geht ja noch. Nein, einer geht ja noch. Äh. Oh. Oh. Oh, ha, ha, ha. Outer City. Outer City. Outer City. Oh, das fühlt sich so nostalgisch. Das wär was für Orki. Orki, 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 Orki. Das ist sowas von Outer City. Aber du hast das ja auch viel gespielt, ne? Nein. Habe ich gesehen? In der Steam-Bibliothek. Ne, ich hab's aber nicht. Also, ich hab's nicht gespielt. Ah. Ah. Das wär das. Au. Also, ich bin grad richtig schlecht. Oh, oh. Genau, viel schlechter als du gerade. Weiß ich nicht. Oh. Oh. Na, guck mal, ich bin viel schlechter als du. Ehrlich? Ja, ich bin schlechter als du. Okay, obwohl ich echt oft eingeblieben bin. Ja, ist so klar, ist so klar. Ja. Willst du noch eins? Ja. Ey, aber wir haben noch gar keine Zeit. Ja, Alter. Ja, guck, jetzt ist der Hase wieder heiß. Jetzt hab ich ein Spiel gewonnen gegen ihn. Das geht ja gar nicht. Vor allem in dem Reaktionsspiel. Das ist nämlich so wie sein Dance Revolution im Endeffekt. Oh. Ey. Ich spiel mit Tastador Maus. Das ist halt gut. Soll ich jetzt damit's fairer wird auch mit Maus spielen? Ja, der kann mich verhindern. Oh. Oh. Es ist okay, nächstes Mal spielen mit dem Proton-Lader, werde ich mit Sicherheit gewinnen. Du spielst doch immer mit Maus und Tastatur. Will jetzt gucken, ob noch eins irgendwo ist. Oh, Schaltplatten, oh, Schaltplatten. Oh, ein Bett. Oh, ich kann springen. Oh, ich kann auch weiterspringen. Ja, ist ein Drummel. Oh! Ähm. Bäm. Bäm. Ich kann hier, äh, Ding. Ich hab hier Konfetti-Recken gemacht. Ich weiß nicht, wie es unten aussah. Ich hab's kaputt gemacht. Jetzt geht kein Konfetti-Recken mehr. Tut mir mal. So, ich hab einen Brief rum. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Oh, ich hab einen Brief rum. Oh. Was ist das? Was steht denn da? Da steht. Bitte wenden. Hey cutie, come on, let's play. What do you want to play? May, I miss you and long for you every minute of the day. The only time I'm not missing you is when I'm asleep. But then I'm dreaming about you too. The first time I heard you sing, I knew you were the one. Thank you for being you and for the pep talk. I know I can make it now. I think the coolest thing I've cloned in life is to find you. Yeah, you're a clone. I always knew. That's why he's so good. He's one of these clones. Ah, okay. And also, come to you. I'm coming back. I'm coming back. Oh, no, now we're going to be there, where we're not going to go. Oh, no, I suck at these. Alright, let's see how far I get. Oh, I've got this one. It was a hit. Yeah, we're going to be there again. No. Just go to the stage. Instead of you. So, so. I'm on the stage, huh? Sei die Stage. Ich bin so Stage. Na, 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 na. Stage ist Stage. Ja, ja. Oh, Konfetti, wo ist es? Willst du aussehen? Ah, da oben. Ganz, ganz oben, ja. Die Konfetti ist da oben, habe ich schon gezündet. Da hast du nicht hingeguckt. Okay. Ich glaube, so mehr ist da ja nicht mehr. Okay. Ah, boah. Ja, dann veränden wir für heute. Ich würde es ein paar kleine Spielereien noch gefunden gehabt. Die habe ich jetzt gezündet gehabt. Ja, die hat es so gezündet, ja. Na, 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 na. Schau mal jetzt den Flamingo so lange an, bis ich geblendet bin. Das ist eine gute Idee. Damit kann man auf jeden Fall gut aufhören. Flamingo. Du bist ein Flamingo. Oh, Schild. Ich sing. Ich singe, wunderschön. Ah, ich fall runter. Okay. Genug Blödsinn. Weichern. Haben wir ja. Hoffe ich. Oh Mann, es ist zu schnell vorbei. Es ist einfach viel zu schnell vorbei. Ja, es ist zu schnell vorbei. Oh, man muss heute aufhören, weil es am schönsten ist. Also, hören wir in der Stunde auf. Also, hören wir in der Stunde auf. Nein, tut mir leid. Doch, aber in der Stunde ist es am schönsten. Glaub mir. Und dann nach die Stunde und dann nach die Stunde und dann. Die Stunde nach der Stunde ist die stundigste Stunde der Stunden. Das ist die beste Stunde ever. Ja. Ja. Na gut, na gut. Schorti schreibt, ihr beiden seid mir welche. Oh ja, da sind wir. Oh ja. Wir sind welche, einige und andere. Vor allem. Und? Der Reinvolk. Und vor allem für immer und ewig. Amen. Ach nee. Geil. Oh, ich sehe gerade. Ich habe gerade gar nicht den richtig. Ah. Ah. Aber den hast du ja nicht gesehen. Ne, weil das Spiel war ja auch full. Aber beim rausgehen war jetzt nicht, dass dieses. Nein, nicht das Bild. Okay. Das ist traurig. So, liebe Leute. Wir machen jetzt Feierabend. Wir haben jetzt gleich 22 Uhr. Und ja, kommt morgen vorbei. Morgen gibt es Get the Fuck Out. Wo KK uns mal wieder carryen darf. Und falls er es nicht tut, kommen wir halt nicht weiter. Oh, das wird wild. Das wird richtig wild. Ja. Startmorgen hat noch gar nichts ausgemacht. Auch so wie heute. So gegen 18.30 Uhr. Zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr. Ja, das klingt gut. Ich bin dabei. Du bist dabei. Als ob du eine Wahl hättest. Oh, ich habe keine andere Wahl, deswegen bin ich dabei. Deswegen. Wollte schon sagen. Du hast eine Wahl und die Wahl ist, dabei zu sagen. Und ich habe noch die Wahl, den Zuschauern noch vielen Dank fürs Zuschauen zu sagen. Verdammt. Verdammt. Diese Wahl hast du getroffen. Ich konnte dich nicht davon abhalten. Nein. Ja, dann auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen auch bei dir im Kanal. Bei mir im Kanal. Ich hoffe, es hat jetzt gegen Ende nicht mehr geruckelt. Dafür dürftet ihr wahrscheinlich ein Rauschen im Hintergrund hören, jedes Mal, wenn ich rede. Weil ich habe ihn auf Leistung laufen lassen jetzt. Und dementsprechend geben die... Es war flüssig. Ja. Ja, ihr hört das. Das sage ich ja. Das ist jetzt das Gebläse von meinem Laptop, der hier so... Ich habe jetzt hier Helikopter-Modus. Ihr rettet mir den morgigen Abend. Das hört man leicht. Ja, das hört man auf jeden Fall sehr gerne. Aber bei mir schaut hier auf... Aber warum retten wir den... Warum retten wir den morgigen Abend von dir, Lumi? Weil das sonst nichts zu tun hat. Okay. Sie. Okay. Sie, sie. Okay. Aber vielleicht, äh... Weil sie parallel zwei Streams gleichzeitig guckt. Weil ich weiß, ihr Freund guckt einen anderen Stream. Ja, und er... Sehr gerne. Weil er da Mod ist. Ja. Er modet da halt. Also. So als Mod. Was man als Mod halt so tut. Man modet den Mod. Was macht man als Mod dann? Äh... Man modifiziert. Oh! Ach so. Du musst dank uns jetzt kein Niki schauen. Ich dachte... Ich dachte... Äh... Du, äh... Hast nur den... Den... Den Sonntag frei geschaufelt, dass du... Gucken darfst außer Niki. Aber gut. Dann, äh... Schaut... Schaut... Der andere schaut... Schaut uns. Komm, get the fuck out. Und, äh... Beide sind glücklich bei euch. Ja. Und, äh... Dieser hat eine... Eine wichtige Frage letztes Mal gestellt. Eine sehr wichtige. Möchtest du sie hören? Weil sie betrifft auch dich. Überhaupt noch da? Oh, so. Du sprichst mit mir? Ja. Ich dachte, du bist du mal. Okay, ja. Dann schießt er los. Schießt los. Und zwar... Was hat Bisa... zusammen mit uns gespielt? Beim 24 Stunden Stream. Naja, ganz einfach. Äh... Äh... Hier, Mini-Golfen da. Nein. Labyrinth. Das Horrorspiel. Auch? Ja. Aber beim Golfen war er genauso dabei. Genau. Wenn ich was anderes schauen kann, darf ich mich ausklinken bei Niki. Ah, ich verstehe. Also... Ja, nee, es geht um Labyrinth. Und es geht darum, wann wir... The Labyrinth weitermachen. Ein andermal, wenn wir mal nicht so müde sind, nach 24 Stunden. Also ich würde vor allem... Würde ich von vorne anfangen. Weil... Ich würde das gerne aufnehmen. Die ganze Story. Vor allem, ich würde mal gerne da nicht müde sein und mich auch mal erschrecken, weil ich fand das absolut nicht gruselig. Als ich dann 24 Stunden total K.O. war, fand ich das gar nicht mehr gruselig, sondern eher so... Äh, lass uns das hinter uns bringen. Oh, 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 guck mal. Oh, da ist ein Jumpscare. Oh, oh, da ist so ein Viecher. Ja, am Anfang... Aber ich muss... Die Viecher fand ich nicht... Fand ich nicht gruselig. Aber diese Jumpscares, also diese komischen Schilder, die immer aufgeploppt sind, die haben einen trotzdem erschreckt. Das hat man dir angehört. Du so... Oh, oh, da ist... Oh, oh. Ach komm. Ach komm. Ach. Jetzt. Jetzt. Also... Wir waren so übermüdet. Das war einfach so brillant, ey. So, ah, scheiß drauf. Töte mich doch. Ah, ah. Ja, das Problem ist, wenn man müde ist und nicht mal kapiert, wie man sich vor dem Monster verstecken kann. Wir müssen in die Hecke gehen. Nein, es funktioniert nicht. Wir müssen uns nicht bewegen. Nein, es funktioniert. Wir müssen die Lichter ausmachen. Nein, es funktioniert. Verdammt, wie kann man... Okay, wir sterben einfach immer. Okay. Okay, wickety-walkin in the wackety-week. Was auch immer das war. Das war ein scheiß Handy. Okay, ähm, ansonsten, äh... Ja, wie kommst du voran in Knockout City? Ich? Ja, nee, du. Ach so. Ich bin mir nicht sicher, ob du mit deinem Chat quatschst oder mit mir. Ich quatsch jetzt noch zwei Minuten. Bis 22 Uhr. Also, auf jeden Fall habe ich ein paar Mal noch gespielt. So ein bisschen dann habe ich wieder reingeguckt, weil das Spiel macht einfach fucking Bock. Ich weiß auch nicht, wo war es nicht. Doch, ich weiß ganz genau, wo war es nicht. Und irgendwas Silbermedaille... mit zweiten Rang oder so. Du bist also schon wieder... Äh, bist wahrscheinlich... Du bist sogar schon über den Wolf mittlerweile. Du weißt aber schon, dass unser Team gemeinsam, glaube ich, steigt. Nee. Ja, doch. Nein. Im Matches... Es war herrlich. Ja. Er war herrlich. Der Hase. Ja, der Hase. Der ist ab und zu, ist er herrlich. Ja, herrlich peinlich. Ich könnte ja jetzt was Böses sagen, aber das lasse ich mal lieber stecken. Nein, komm. Für heute Abend hast du es auf jeden Fall noch. Nochmal so richtig. Was? Ich könnte ja sagen, er ist ein Herr, deswegen ist er herrlich. Er könnte aber auch eine Dame sein. Oder der spielt hier ja auch eine Dame in dem Spiel, also ist er dann dämlich. Ähm... Äh... Oh, jetzt... Wahrscheinlich jetzt Lumi, wenn sie mich das nächste Mal sieht, kriege ich... werde ich über das Knie gelegt und der Arsch wird rot. Wenn Lumi mit uns GTFO spielt, wirst du dabei ziemlich vernachlässigt werden. Das Schlimme, das Schlimme ist, ich tue ja am... Hier mit der Müdigkeit und dem Horrorgame. Ja, okay. Ah, das war herrlich. Ja. Also, ich muss gestehen, von 24 Stunden streamen, gerne nochmal, aber nicht freitags anfangend. Ja, warum denn nicht? Lass mich überlegen. Äh... Nein. Nein, nein, warum denn nicht? Weil ich... Also, wir können das gerne tun, dann nehme ich mir freitags frei. Ja, sicher frei. Dass ich davor geschlafen habe und nicht... muss schon bereits 12 Stunden wach sein oder mehr in den 24 Stunden Stream reingehe und am Ende war ich... Gut, du warst ja noch länger wach. Naja, du hast zwischen... Ja, das macht ja nichts. Wir waren ja beide... Wir waren ja beide schon ziemlich weit. Aber du warst... Du hast einmal eine Stunde geschlafen, du hattest das Glück. Und, äh... 45,5 Stunden wach. Ich hab mich... Ich hatte zwischenzeitlich... Also, wenn ich nicht geschminkt wäre, hätte ich wahrscheinlich, wenn ich in den Spiegel gerückt hätte, Höhenangst bekommen. Ich hatte... Ich hatte Krater unter den Augen. Da ist der Grand Canyon ist ein Dreck dagegen. Ja. Sagen wir mal, wir waren beide schon ziemlich ausgelaugt. Und das hat noch ein bisschen länger gemacht. Oh, boy. Oh, Lumis sagt, einen Spruch pro Tag hab ich gut. Sehr gut. Dann darf ich jetzt nichts mehr sagen. Und Bisa sagt... Ja, genau so. Genau. Bisa, wie du meinst. So wie der Wolf das gemacht hat. Morgens anfangen, dann bis in die Nacht rein. Das hört sich besser an. Hört ihr auch dieses Mimimi? Ähm... Warte. Nee. Also, ist... Ist nicht hier. Muss in einer anderen Wohnung sein. Wusste nicht, dass KKs Wohnung so groß ist. Hä? So, wegen den... Wegen den Kratern. Ja. Nein, ihr könnt ja gerne noch quatschen. Ich verabschiede mich auf jeden Fall für heute. Und wir sehen uns ja morgen Abend auf jeden Fall wieder. Schaltet wieder ein. Ja. Macht es gut. Und guten Abend. Ja, du musst... Du musst noch dein... Dein abschiedslich... Das Ding. Wer... Ich hab euch lieb... Ist es wirklich schon so spät? Soll... Das heißen ja, ihr Leut. Mit dem Hase ist Schluss für heute. Der Hase sagt Tschüss. What's up, Doc? Kannst du... Kannst du... Machst du Facecam? Kannst du mal in so eine Karotte beißen und sagen... What's up, Doc? Nein. Ich wusste... Er ist selbst schuld. Ist ja nicht so, als hätte es ihm... Leute gesagt. Was habt ihr mir... Nee, ich möchte auf Stream beenden klicken. Aber ich finde das sehr interessant gerade noch. Was habt ihr mir gesagt? Weiß nicht, was ihr mir gesagt habt. Gumi? Lass mich nicht... Lass mich nicht dumm sterben. Was haben mir viele Leute gesagt? Ich... Ich erwarte eine Antwort. Ansonsten... Musst du... Neun Runden FNAF alleine machen. Erstmal. Bevor wir wechseln. Was geht? Was ist los? Dass du aus... Ausgeschlafen mit dem 24-Stunden-Stream anfangen sollst. Ja, aber das Problem... Wenn ich früh angefangen hätte... Dann wäre ich sonst... Obwohl, wir hatten den Montag ja bei uns. Machen wir das eigentlich nicht? Ja gut, jetzt bin ich zufriedengestellt. Bye, bye. Bye, bye. Tschüss. Der Hase verlässt mich. Einfach so. Mua. Ciao, tschüss. Bis morgen. Bis morgen. Mit mehr Geduld, bitte. Nö. Doch. Mehr Geduld. Oder Protein. Ähm. Ja. So. Ja, meine 22 Uhr habe ich ja jetzt auch gereicht. Sind jetzt nach 22 Uhr. Sollte ich jetzt auch ganz, äh, behutsam, langsam die Augen zu machen. Meine Spare Ribs endlich essen. Die mittlerweile kalt sind, aber trotzdem lecker sind. Ähm. Ja, von meinen Kirschen ist auch nicht mehr viel dran. Ähm. So. Ja, was kann ich euch sagen? Morgen gibt's Get the Fuck Out. Am Donnerstag gibt's X. Am Freitag weiß ich noch nicht. Vielleicht tue ich abends ein bisschen Wur mit. Wenn, wenn's die, 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 die Gastgeber zulassen. Ähm. Samstag gibt es, ja. Five Nights at Freddy. Erstmal versuchen wir im Teil zwei die Nacht fünf zu schaffen. Wo ich denke, das wird lange dauern. Und dann starten wir mit FNAF drei. Und mal gucken, wie weit wir da kommen. Und wenn wir mächtig sind, machen wir sogar FNAF Spie- äh, nochmal. FNAF vier. Ich sage drei Stunden. Sag's drei Stunden was? Ich kann auch drei Stunden sagen, aber ohne Aussage da. Braucht ihr für die fünfte Nacht? Ja, das wär doof. Wenn wir die fünfte Nacht noch drei Stunden brauchen würden. Uuuuh. Eine Stunde oder zwei. Murmeln sollte am Freitag eventuell okay sein. Ja, siehst du. Das ist doch nice. Dann Murmeln mal eine Stunde oder zwei. Deutet ein oder zwei Pokale. Und, äh, ja. Da kann ich dann auch Musik im Hintergrund laufen lassen. Und ich hab ja noch zwei Lieder, die... Oder... Natürlich um einiges besser, als wenn ich keine Musik im Hintergrund hab. Und einfach so singen. Äh, gut. Auf mich wartet jetzt erstmal Essen. Dann die Toilette. Dann noch mehr Essen. Und dann der Wolf. Weil der Wolf hat zur Seite ein Projekt mit mir zusammenlaufen. Was nicht live gemacht wird, sondern nur auf seinem YouTube-Channel zu sehen ist. War Bartholomeos Frut. Ähm... Ja, Bartholomeos Frut. Ich weiß es nicht gerade. Gerade nicht genau. Äh, ja. Auf jeden Fall könnt ihr bei ihm, äh, Wolfbyte. Okay, Wolf Lamp. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, wie sein... Sein... Sein Channel genauer ist. Auf jeden Fall... Geht bei mir auf den Channel und, äh, ihr werdet den Wolf finden. Im Zweifelsfall Discord bei mir suchen. Ähm... Ja. Auf jeden Fall bei ihm auf dem Channel könnt ihr... Ja genau. WolfbyteLP. Genau. Danke. Wie gesagt. Auf jeden Fall könnt ihr bei ihm auf YouTube gucken. Da sind jetzt, wenn jetzt die aktuellsten Videos nämlich hochgeladen. Äh, ist ein Point & Click Adventure mit viel Rätselfaktor und, äh, sehr cool. Dementsprechend. Adios. Wir sehen uns morgen wieder. Das war's mit It Takes Two von Rotundis Gaming Area. Ich sage euch Tschüss und einen schönen Abend noch. Auuuuuh. 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 Vielen Dank.